For One Games, E-Line Media, Unity. So, wechseln, Left-Control, Gegenstimmen, Links-Shift, Steuern-Control, Interagieren, und mit Tab einblicken. Gut, das werden wir wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, erklärt bekommen im Laufe des Spiels. Ähm, wir werden das jetzt mit Maus und Tastatur probieren. Ich habe das halt schon mal angefangen. Ähm, mit, äh, versucht mit Controller zu spielen, da hat es nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es jetzt mit Maus und Tastatur besser funktioniert. Mal gucken. Ähm, gut zurück. Wir machen aber hier tatsächlich nicht an der Stelle dann jetzt mal ein neues Spiel. Möchtest du das Spiel schauen? Ja, ist okay. So, ähm, Tab Einblicke ansehen. Das möchte ich definitiv. Wir hatten jetzt hier schon eine Reihe freigeschaltet. Ich werde euch die jetzt natürlich nicht vorenthalten. Eine der Dinge, die ich denke, dass viele Leute verstehen müssen, ist, dass wir nicht ein Museumspiel sind. Und die Tiere. Und die Tiere. die Tiere. Die Tiere. Das ist mehr als Nader. for one another, for our elders, very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all, the importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inipak. I'm from the Arctic Ocean. In Yipak, I'm Inipak. It's very important to me. It's who I am, as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up, and you just go right to work, you know, right to work. There was always something to do. There was never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would just be, just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling the story. Storytelling for the Inupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but as a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know. It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories, we all live in stories, we all tell stories to our friends and they need to be told, they need to be heard. Show this back, okay. Ähm. Ist tatsächlich nicht eins, was erst später freigeschaltet wird, deswegen gibt's das gleiche erst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, let's go. Meine DVD-Skills. Der Tast ist springen. So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Mit dem Controller lief es leider nicht so gut. Also bis hierhin war alles okay. Aber das, was gleich kommt, da bin ich mal gespannt. So, jetzt wird's spannend. Oh, der hat uns einfach weggepobt. So, da kommt Mr. Fuchs. So, springtok. Kontrolle, drücke im Einzelspieler-Modus Q, um auf den Fuchs zu wechseln. Ja, jetzt geht's, okay. So, Mr. Iceberg. Tschüss. So, jetzt muss ich die beide immer wieder im Wechsel mitnehmen? Oder kommt der Fuchs irgendwann von... Ah, der Fuchs kommt auch allein hinterher, wenn man weitergeht. Okay. Gut, aber wie funktioniert das jetzt? Oh, schön. Äh, das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Robert Cleveland. Nassrug. Haben wir einen neuen Einblick bekommen? Wir haben einen neuen Einblick bekommen, oder? Nein, haben wir noch nicht. Okay, gut. Dann geht's weiter. Ich will da nochmal zurück. Oh, okay. Der Fuchs ist tatsächlich sowas wie ihr Gefährte. Ach, wie süß. Also, die kennen sich schon länger anscheinend. Ach, wie süß. Der Fuchs ist auch immer wieder. Der Fuchs ist ja und da. Fuchs sind wie kleine kleine Kinder, in der Weise. Wenn du sie aufhörst, sie würde pranzieren in der Schnee, aufhörst, aufhörst, aufhörst. Ich weiß, sie wäre glücklich. Sie würde mich aufhörst, 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 aufhörst. Und ich versuche nicht zu lassen. Okay, so that was my memory of my grandpa's pet fox. Oh, das ist schon irgendwie süß. Oh, das hat schon was. Das Fuchs Wendeklettern, Space, okay. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Ah ja, okay. Okay, man braucht ein bisschen Anlauf, okay. Abweichens Shift zum Seil runterlassen, okay. Ah, okay. Mit Weg klettert sie dann das halt, okay. Komm, fix hin. Run, my lady, run. Ah, okay, das ist das. Nyaung. Puf, ui. No. Aber auch der Fuchs fährt um. Speicher. Gegen den Windstamm. Lecker. Tab ansehen, die Kleidung. 24. Ui, 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 ui. Garibu war... Es... Es hat uns gefordert, es hat uns gefordert, in vielen Wänden. Anujten, um... Absolut, v Ui, 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 ui. Krass. Okay. Nothing I want to do, aber okay. Da wollte ich gerade springen. Wir legen uns jetzt mal kurz hin und warten kurz auf den Wind. Oh. Oh. Oh, okay. Okay. Okay, das ist irgendwie cool. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Na klar, Sia hat eine Seele. Okay. Okay.